ja hey leute willkommen zur nächsten folge von der vorerst und er hat natürlich zusammenflug doch hier wir überlegen dann ein bisschen ob wir wieder zu diesem mullokin gehen sollen wo wir gestorben sind wir können ja schon mal in die richtung ist ja nichts dabei wir müssen tauchen ach stimmt ja okay leute wir haben uns jetzt einfach mal entschieden wir gehen zurück denn hier war zwar der verbesserte bogen es könnte sein dass da noch was ist aber das ding ist wenn da noch was ist was wir brauchen ist gar kein problem können wir locker easy ja wieder hierhin kommen müssen die mobs nicht noch mal bekämpfen und haben jetzt eigentlich noch was anderes gefunden außer dem verbesserten bogen wir könnten nur in die richtung jetzt das ist so ein ding also speichern also wie gesagt wenn wir hier noch mal hin wollen ist gar kein problem könnten wir machen ich habe übrigens jetzt gar keinen snack mehr um ja ich weiß nicht hier hoch kommen wir zurück ich weiß nicht was hier ist ob es hier noch weiter geht willst du noch weiterlaufen weiß ich nicht bist jetzt runtergekommen wohin gehst du denn da kommen sind hergekommen idiot das ist ja hier weiter geht wo hier wenn man da tauchen kann und dann geht es weiter ach so nö nö ist nix okay dann gehen wir zurück also gegen den mob der ist zwar der ist schon stark werden es da aufnehmen können mit ihm aber es macht finde ich keinen sinn weil wie gesagt wenn hier was wäre dann könnt ihr das gerne auch in die kommentare schreiben oder so dann könnten wir noch mal hier hinkommen müssen keine maus mehr bekämpfen aber außerhalb denen wir noch nicht hatten hier schau mal du kannst hier einen eine druckflug druckluftflasche benutzen und dann die aufsammeln hier es ist verdammt dunkel wir müssen schlafen jetzt wir müssen zelt bauen aber dann haben wir hunger und dann musst du mir zeug geben kaputt er ist nix bitte zwei stück bestenfalls was zu trinken habe ich genug habe ich gerade zwei getrunken ich habe nur acht stück jo perfekt bin fast voll mit essen und trinken bin ich voll okay dann gehen wir auf frische luft ja endlich ja jetzt haben wir einen weiten weg bis nach hause aber oder soll ich soll ich gucken wo die nächste das kriegen wir schon hin ja wir haben ja jetzt geschlafen also wir könnten auch wir haben gar keinen so weiten weg ich dachte wir sind bei dieser anderen höhle aber da waren wir ja letztes mal schon da kommen welche 1 2 3 4 5 6 weg weg da sind sechs leute weg Kinder hinter mir dann hinter mir ich habe gerade ein Video von dem Hintergrund ich hör uns ich höre uns weil wir sind rot angepinselt bleibt hier jetzt bleib hier warte ich ich habe uns gar nicht gesehen wir sind also ich bin rot angepinselt du nicht aber oh hier ist ein Krokodil ich stehe schon wieder neben dem Krokodil pass auf geh weg Achtung der schnappt nach dir Junge ich habe doch gesagt töte ihn doch der schnappt nach dir ja töte ihn ja aber anstatt es einfach töte ich haue doch die ganze Zeit drauf statt dass du kurz rein tappst ja kann ich ja nicht schnell fuck habe ich mich schon wieder stocken da ist wieder eins woher kommt die vor dir ist hier nicht auch eine Höhle hm ja wir sind jetzt wir haben jetzt hier einfach mal eine Höhle gefunden wir gehen einfach mal hier rein der Flo sagt zwar die moderne Axt wäre in einer anderen Höhle so wie er es waren wir da vielleicht sogar schon wie er das nachgeguckt hatte aber ne bezweifle ich hast du hier schon mal drei wo fliegt denn das hier aber kein fetter noch und du hast einen angezündet haha haha ich also wenn du willst können wir hier lang gehen aber ich würde gern die anderen Dinge lang gehen aber hier sind ja welche hä der eine ist durch ist durch deine Leuchtwackel gelaufen jetzt bist du auch er ist tot hä sind die Bilder da alle wie schnell da konnte man safe runterstecken wollte ich auch gerade sagen also es war gar nicht so weit die Entfernung es hat voll Team ja ja aber mir auch war aber doch wollen wir ein Feuer machen und Rüstung aber hier sind nur drei wie du willst wie du willst ja und ich weiß es nicht das Ding ist halt wir brauchen ich würde gern noch ein zwei Meter weiter laufen nicht dass da jetzt gleich eine Spinnungseck kommt ne und wir können sie ja schon mal verbrennen weil wir ihn nicht gesehen haben haben wir dann richtig struggle da ist er sicher das ist der ja ja wir haben ja schon mal einen getötet und der hat auch so ausgeschaut ja es ist aber der guckt der Sektunterwand ja wie viele Arme da hast du nicht auch Dynamit noch Beistück wo ist dich unter dir links unten hast du irgendwie deine Helligkeit höher oder kann man das machen ne keine Ahnung du bist nur blind links unten jetzt sehe ich nach kurz habe ich ihn gesehen ich glaube kann das nicht mehr da bleiben oh du hast ihn angezündet jetzt renne der panisch der rennt panisch der rennt panisch das Ding ist da sind auch noch Babys irgendwo aber die kriegen wir eh der rennt grad panisch rum weil du ihn angezündet hast ich weiß ich nicht wäre geil wenn du nochmal treffst ich glaube noch zweimal treffen oder so und er ist da und einen von der Sorte hatten wir ja am Anfang der Höhle auch mit Dynamit gekillt ich sehe ihn nicht mehr übrigens doch der ist genau unter uns ah da ist er ja ja ich sehe ich glaube ich warte 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 noch mal denn der müsste jetzt dort da und sein ja erst weg aber ich habe kein Dynamit ja unten habe ich noch einen zu müssen welches wiederfinden deswegen da sind jetzt noch Babys ja da wo der moderne mir wird nicht angezeigt dass ich ihr drücken kann ah jetzt da wo die moderne Axt ist ne da ist das auch übel wie du da nicht hier finde ich cool wo sind Babys ich weiß nur eins hast alle wie viele Leichen sind hier what the fuck eins hat es so schön das Bild gehabt guck mal das sind nur Leichen hier schon alter Schwede hier geht's nirgendwo hin oder als ob das jetzt aber hier ist irgendwas ne Kamera Capcorder oder die funktioniert nicht ich sehe hier halt nichts richtiges drauf aber doch jetzt sieht man was bestes hier ist ein Kind ein kleines Kind geh mal weg sonst geh doch weg können wir weiter bitte hier ist ne riesen Maschine was ist das was ist das denn das ist irgendeine Maschine da da drauf ist und Menschen mir sagt das alles nix komisch ok Katana und hoch also der Kassettenspule ist schon wichtig aber was das jetzt bringt ich schätze schon dass es wichtig ist kriege ich den dann Mull alter geil was mir auch eingefallen ist in der einen Höhle sind wir ja mal gewesen mhm und da haben wir eine Spinne gesehen und sind dann weggerannt weil wir da noch nicht da sind nur Lux ich sehe sie sie kommen auf uns zu wir sind jetzt um die Ecke ja ich warte ja kurz ich log sie gar nicht an ich höre nicht in diesem Deck hinterm Felsen da wo du bist ui wow ich weiß nicht ob hier noch ne fette Spinne ist bleib mal zurück ich sehe halt nichts ohne ja das ist ne Spinne glaube ich nein das hat nur 2 Monots Alter das sind die lau ja irgendwie schon oh er trifft mich lol der hat mich einmal getroffen da kommen noch mehr 10 Stück oder so und Babys Babys kill mal die Babys weg 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 ich kann nicht grad ich bin mitten in nem Fight ich kann nicht rennen und bin mitten im Fight ja ich bin doch auch weg gerannt einfach ja es ist so ja du musst einfach nur die Sprint ja und wenn ich nicht rennen kann weil ich keine Ausdauer hab hab also ich weiß ja nicht wie oft du auf deine Tasse trägst ich hab nie Ausdauer das ist dir schon mal aufgefallen kannst du mir ersten geben was ist immer so aus ich hab halt nichts ich hab nie Ausdauer da ist eine Achtung aber warum ja dann halt vorbei ich weiß nicht warum ich keine Ausdauer vielleicht spiele ich einfach dumm aber ich weiß es nicht das ist auf jeden Fall so Menschen hallo wie kann man bestimmt tauchen da ist einer links links oh Junge hatte mich erschrocken Alter was bist du für ein Alter das ist doch mir zum Arschelbaut ja 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 brenn endlich und sterb da jetzt sterb alter Alter wie da ist noch einer ja oh da ist noch einer da ist noch einer Alter wie der ist nicht da man geht okay okay wir sollten aber echt ein Feuer machen ja wenn wir die von da hinten noch holen und die hier verbrüren so meine Freunde ich würde sagen das war es jetzt von diesem Part wir spielen jetzt noch weiter erkunden die Höhle noch weiter für die Samstags Folge allerdings ist diese Folge schon ziemlich lang lang genug und ja ich würde sagen wenn es dir gefallen hat lasst eine Wertung da schaut auf jeden Fall am Samstag vorbei bis dahin haut rein und ciao 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 i don't really do this but Bruce G be the dude to remove the blood big chick wanna talk like she knew what's up every time i step in they say who the what the where the how i'm flying smear the ground my chick 1010 she can stare the sound from miles away hello felt kinda now goodbyes feel like a title we